Im heutigen Video schauen wir uns mal wieder einen Broker an und zwar einen Krypto-Broker. Diese App, die Bison-App, werden wir uns anschauen von der Börse Stuttgart. Denn viele von euch haben uns Fragen zu dieser App gestellt, viele aus der Community nutzen diese auch. Deswegen haben wir uns gedacht, wir testen diesen Krypto-Broker mal auf Herz und Nieren, schauen uns die Konditionen an, also wie viel kostet der ganze Spaß, wie nutzerfreundlich ist das, wie eröffnet man ein Konto und wir haben auch mal einen Bitcoin-Sparplan angelegt. All das in diesem Video, viel Spaß dabei. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzmodus und im heutigen Video schauen wir uns mal die Bison-App etwas genauer an. Das ist nämlich ein Krypto-Broker. Im Januar 2019 ist Bison gestartet und ist eine Handelsplattform für Kryptowährungen. Es gab Bison lange Zeit nur als App, mittlerweile gibt es aber auch eine Desktop-Version. Der Vorteil ist, dass ihr hier gebührenfrei handeln könnt und das Geld verdient Bison über den sogenannten Spread. Wie der genau funktioniert, wie hoch der ist und was das Ganze kostet, das zeigen wir euch gleich. Bison ist damals an den Start gegangen, besonders Einsteigern mithilfe von einer sehr angenehmen Nutzeroberfläche den Einstieg in die Kryptowelt zu ermöglichen. Aber auch fortgeschrittene Kryptoinvestoren schätzen die App mittlerweile, vor allem wenn sie hodeln. Das bedeutet, wenn sie Kryptowährungen kaufen und diese dann langfristig halten wollen. Hinter der Bison-App steht die Euwax AG, das ist eine Tochter der Börse Stuttgart. Diese fungiert als Broker. Schauen wir uns jetzt einmal an, wo auf der einen Seite die Kryptowährungen und auf der anderen Seite das Cash, also die Euros, verwahrt werden. Eure Kryptowährungen liegen, wenn ihr sie nicht auf die eigene Wallet übertragt, in der sogenannten Block Nox GmbH. Auch diese Block Nox GmbH ist eine Tochter der Börse Stuttgart. Diese verwahrt übrigens auch eure Kryptowährungen, wenn ihr über BS Dex, also Börse Stuttgart Digital Exchange handelt. Über BS Dex haben wir auch bereits ein Video gemacht, das findet ihr hier. Euer Cash auf der anderen Seite, also wenn ihr Guthaben auf die Bison-App ladet, liegt dann bei einem Konto von der Solaris Bank. Die Solaris Bank ist also eine Art Verrechnungskonto, wenn wir mal dieselbe Terminologie benutzen wie bei Aktienbrokern. Wenn ihr also ein Kryptokonto bei Bison eröffnet, eröffnet ihr automatisch auch ein Konto bei der Solaris Bank. Dort wird dann euer Cash verwahrt. Insgesamt könnt ihr auf Bison derzeit sieben Kryptowährungen handeln. Bitcoin, Bitcoin Cash, Chainlink, Ethereum, Litecoin, Ripple und Uniswap. Eingelesen und sozusagen auskennen tun wir uns eigentlich nur mit Bitcoin, deswegen haben wir das auch nur als Testfall verwendet. Sowohl für die Sparpläne als auch Einzahlungen, Auszahlungen, Käufe und Verkäufe. Handeln könnt ihr bei Bison wie beim Kryptomarkt üblich rund um die Uhr, also 24 Stunden und sieben Tage die Woche. Kommen wir mal zum Punkt Sicherheit und Verwahrung. Denn gerade dieser Punkt ist im Krypto-Umfeld ja extrem wichtig. Denn jede Woche hört man quasi von neuen Scams oder von irgendwelchen Plattformen, die gehackt wurden oder von irgendwelchen Kryptobörsen, wo auf einmal Kryptowährungen verschwunden sind. Verwahrt werden eure Kryptowährungen, wie eben schon gesagt, in der Blog Nox GmbH, eine Tochtergesellschaft der Börse Stuttgart. Die Server stehen in Deutschland und der größte Teil der Kryptowährungen, die dort verwahrt werden, werden in sogenannten Call Storage verwahrt. Das bedeutet, dass hier kein Zugang zum Internet besteht. Ein großer Vorteil von Bison im Vergleich beispielsweise zu Trade Republic ist, dass ihr euch eure Kryptowährungen ausliefern lassen könnt. Das bedeutet, ihr könnt sie auf eine eigene Wallet überweisen, wo ihr dann ganz alleine für die Sicherheit eurer Bitcoin verantwortlich seid. Wie genau das funktioniert, das haben wir schon mal in einem separaten Video gemacht. Das haben wir euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Bevor wir uns jetzt mal anschauen, wie man ein Konto bei Bison eröffnet und wie man dort tatsächlich Bitcoin kauft oder sogar Sparpläne anlegt, schauen wir uns zunächst einmal die Kosten an. Was kostet mich der ganze Spaß, wenn ich Kryptowährungen bei Bison kaufen möchte? Zunächst einmal wirbt Bison damit, dass es keine Handelskosten gibt. Und das stimmt auch soweit, es gibt keine klassischen Ordergebühren, wie man das vielleicht aus dem Aktien- oder ETF-Bereich kennt. Trotzdem muss Bison natürlich Geld verdienen und das geht über den sogenannten Spread, was Bison auch offen kommuniziert. Deswegen schauen wir uns diesen Spread einmal an. Spreads haben wir ja schon in verschiedensten Videos erklärt, aber in diesem Kontext möchte ich nochmal genauer darauf eingehen. Der Spread ist im Endeffekt nichts anderes als der Unterschied zwischen dem Ankaufspreis und dem Verkaufspreis für ein Asset. Das Asset sind dann in diesem Fall die Kryptowährungen. Wenn ihr in eurer App seid, werdet ihr sehen, dass es einen Unterschied macht, ob ihr auf den Kaufen oder den Verkaufen-Button drückt. Ihr werdet jedes Mal einen anderen Bitcoin-Kurs gezeigt bekommen. Wir haben hier einmal hintereinander zwei Screenshots gemacht, einmal auf den Kaufen und einmal auf den Verkaufen-Button gedrückt. Und man sieht, dass der Bitcoin-Kurs hier sehr unterschiedlich ist. Wenn du kaufst, kaufst du deine Bitcoin von einem sogenannten Market Maker und dieser Market Maker stellt dir zwei Kurse zur Verfügung. Der etwas höhere Kurs ist der Kaufkurs. Zu diesem Preis kannst du deine Kryptowährungen kaufen. Der etwas niedrigere Preis ist der Verkaufskurs. Zu diesem Kurs kannst du deine Kryptowährungen verkaufen. Genau dazwischen, also zwischen dem Kaufkurs und dem Verkaufskurs liegt der aktuelle Marktpreis. Also das ist sozusagen der echte Bitcoin-Kurs. Zwischen dem Kaufpreis und dem Verkaufspreis liegt der sogenannte Spread, über den wir gesprochen haben. Und dieser Spread ist tatsächlich das, womit der Market Maker sein Geld verdient. Er verkauft dir deine Bitcoin etwas teurer als der Marktpreis und kauft dir deine Bitcoin etwas günstiger als den Marktpreis ab. Im Endeffekt ist das nichts anderes als klassische Wechselstuben. Wenn ihr zum Beispiel mal ins Ausland geflogen seid, wo es andere Währungen gibt und ihr am Flughafen dann gesehen habt, dass ihr hier eure Euros in andere Währungen umtauschen könnt, dann werdet ihr auch zwei Spalten sehen. Eine ist die Ankaufsspalte und die andere ist die Verkaufsspalte. Ist das jetzt unfair, dass ich nicht den echten Marktpreis bekomme? Naja, das hängt zunächst einmal vom Spread ab. Aber diese Praxis ist völlig normal, dieses gibt es auch im Aktien- und ETF-Bereich. Das ist im Endeffekt das, wo der Market Maker sein Geld verdient, denn er hat ja auch Risiken. Denn er muss eine gewisse Anzahl an dieser Kryptowährung, beispielsweise Bitcoin, vorhalten, um dir auch diese Währung verkaufen zu können, beziehungsweise um sie dir zurückkaufen zu können. Er unterliegt also Preisschwankungen und hierfür berechnet er den Spread. Jetzt stellt sich die Frage, wie hoch ist dieser Spread bei Bison? Und der wird auch relativ offen kommuniziert. Der sogenannte anteilige Spread liegt bei Bison bei 0,75%. Anteilig bedeutet, dass das der Spread ist für das, was ihr tun möchtet, also beispielsweise für einen Kauf oder einen Verkauf. Es ist also nur die Differenz zwischen dem Marktpreis und dem Kaufkurs oder dem Marktpreis und dem Verkaufskurs. Es ist, wenn ihr so wollt, also nur der halbe Spread. Wenn ihr also jetzt euren Market Maker Bitcoin abkaufen würdet und sie ihm direkt wieder verkaufen würdet, dann hättet ihr zweimal den anteiligen Spread bezahlt, also einmal den kompletten Spread, also zweimal 0,75, also 1,5%. Die Größe dieses Spreads ist nicht in Stein gemeißelt, sie schwankt ein kleines bisschen, weil ja auch die Kurse schwanken. Hier in unserem Screenshot, den wir gemacht haben, haben wir das Ganze mal nachgerechnet und da waren die beiden anteiligen Spreads etwas unter 0,75. Das bedeutet, je volatiler die Märkte sind, desto größer werden die Spreads und je ruhiger die Märkte sind, desto geringer werden sie. Das kann man auch so im Aktienmarkt beobachten. In der Realität kommt diese Angabe von Bison, also mit dem anteiligen Spread von 0,75, also insgesamt ein Spread von 1,5%, wenn ihr also einmal kauft und wieder verkauft, ziemlich nah an die Realität. Wir haben das mal stichprobenartig über einige Tage hinweg getestet und immer wieder Screenshots gemacht und die dann in eine Excel-Tabelle eingetragen. Und es war tatsächlich immer um die 1,5% für den gesamten Spread. Diese 0,75% gelten übrigens bei Bison für alle Kryptowährungen, also nicht nur Bitcoin. Das bedeutet es also konkret, wenn ich 100 Euro in Bitcoin investieren möchte, dann fallen hier diese 0,75% Spread an, also 75 Cent kostet mich dann das Ganze. Ich mache es deswegen in Anführungszeichen, weil ihr diese Kosten nicht wirklich bezahlen müsst, sondern ihr bekommt einfach nur einen um 0,75% schlechteren Kurs als der Marktpreis. Und erfreulicherweise war es das auch schon mit den Kosten bei Bison. Bei vielen anderen Kryptobörsen werdet ihr hier ein Verzeichnis finden, was ewig lang ist. Ein riesig langer PDF, wo es dann auch nochmal unterschiedlichste Konditionen bei allen möglichen Kryptowährungen gibt. Und bei Bison gibt es tatsächlich nur diesen Spread, der da auch kommuniziert wird. Es gibt zum Beispiel keine weiteren Gebühren für Transaktionen, wenn ihr also beispielsweise Geld auf euer Bison-Konto überweisen möchtet, Geld abziehen möchtet oder Kryptowährungen auf Bison übertragen wollt. Und auch wenn ihr Kryptowährungen von eurem Bison-Account auf eure eigene Wallet überweisen möchtet, auch dann fallen keine Gebühren an. Und das ist eigentlich ziemlich was Besonderes, denn vergleichen wir das zum Beispiel mal mit Binance, einer der größten Plattformen überhaupt, dort fallen dann immer 0,0005 Bitcoin an. Egal wie groß eure Transaktion auf eure eigene Wallet ist, derzeit sind das 16 Euro, schwankt natürlich mit dem Bitcoin-Kurs, können auch mal 30 Euro pro Abhebung sein. Hinzu kommt übrigens auch, dass Bison, wie auch übrigens BS Dex, die Netzwerkgebühren für euch übernimmt. Normalerweise, wenn ihr eine Bitcoin-Transaktion macht, müsst ihr ja die Miner bezahlen über die sogenannte Network-Fee, aber auch diese Gebühr übernimmt Bison für euch. Kommen wir mal zu einem Feature, was es bei Bison noch gar nicht so lange gibt, was von der Community aber extrem häufig nachgefragt wurde, nämlich die Möglichkeit der Krypto-Sparpläne. Ähnlich wie bei ETFs und Aktien gibt es bei Bison jetzt die Möglichkeit, auch per Sparplan in Kryptowährungen zu investieren. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn ihr langfristig in eine Kryptowährung investieren wollt und kein Market-Timing betreiben wollt, sondern einfach jeden Monat einen Teil eurer Sparrate dort investieren möchtet. Wie das genau funktioniert, das schauen wir uns gleich im Screencast an. Das waren soweit nämlich die Details zur Kryptobörse. Am Ende habe ich nochmal eine Vorteile-Nachteile-Liste für euch. Und wenn ihr selbst noch keinen Kryptobroker habt, da könnt ihr gerne über unseren Link ein Konto bei Bison eröffnen. Dort kriegt ihr exklusiv 20 Euro Startguthaben. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schauen wir uns jetzt im Screencast einmal an, wie man denn ein Konto eröffnet. Ihr könnt die Bison-App über unseren Link downloaden und kommt dann gleich in den App Store. Wenn ihr die App dann heruntergeladen habt, seht ihr diesen Screen und müsst zunächst einmal eure E-Mail-Adresse eingeben. Dann fragt ihr euch nach einem sicheren Passwort. Hier solltet ihr idealerweise einen Passwort-Manager benutzen und ein möglichst starkes Passwort machen. Dann könnt ihr hier auf Account anlegen klicken und müsst zunächst einmal eure E-Mail-Adresse bestätigen. Sobald das gemacht ist, habt ihr auch schon mal einen Demo-Zugang zur App. Allerdings wollen wir ja einen richtigen Zugang haben. Deswegen müsst ihr jetzt hier auf Jetzt verifizieren und Handeln tippen. Dann müsst ihr zunächst einmal eure persönlichen Daten eintragen. Vorname, Nachname, Geburtsdatum sowie Geburtsort und Geburtsland. Mit einem Tipp auf Weiter müsst ihr dann eure Staatsgehörigkeit angeben, so wie in welchem Land ihr lebt. Und eure Steuer-ID, das ist zunächst einmal freiwillig. Das könnt ihr ausfüllen, wenn ihr das habt, wenn nicht dann später. Dann gebt ihr eine SEPA-Einzugsermächtigung. Dann müsst ihr die AGBs bestätigen. Den Datenschutz müsst bestätigen, dass ihr nicht in den USA steuerpflichtig seid und dass ihr auf eigene Rechnung handelt. Dann kommt ein Risikohinweis und ihr geht auch schon dann in die Identifikation über. Könnt aussuchen, womit ihr euch identifizieren möchtet mit eurem Personalausweis oder eurem Reisepass. Dann müsst ihr eure Adresse eingeben. Und dann startet auch schon die Video-Identifizierung. Das haben wir jetzt nicht mit weiter aufgenommen. Das ist ein klassisches Video-Ident-Verfahren, was direkt in der App stattfindet. Mit der Zeit, das Ganze auszufüllen, hat die Eröffnung jetzt sieben Minuten gedauert. Und dann hat es nochmal etwas gedauert, bis die Verifizierung echt durch ist. In der Zwischenzeit könnt ihr aber den Demo-Account schon mal nutzen und Erfahrung sammeln. Schauen wir uns jetzt einmal an, wie man denn Bitcoin kauft, sobald das Konto eröffnet ist. So sieht es übrigens aus, wenn euer Konto eröffnet, verifiziert ist und ihr etwas Guthaben drauf habt. Wenn ihr dann Kryptowährungen kaufen möchtet, könnt ihr einfach hier auf Markt gehen. Seht dann hier die Kryptowährungen, die hier zur Verfügung stehen. Könnt ihr euch auch den zeitlichen Horizont aussuchen, welchen Kurs ihr sehen wollt. Das tut aber nicht zur Sache. Dann sucht ihr euch hier die Kryptowährung aus, in die ihr investieren möchtet. In diesem Fall ist das dann Bitcoin. Und könnt dann hier auf Kaufen gehen. Dort könnt ihr dann entweder in Euro eingeben, wie viel Euro ihr investieren möchtet, oder in Bitcoin eingeben, wie viel ihr investieren möchtet. Wir werden das jetzt mal hier in Euro machen und hier beispielsweise 50 Euro eingeben. Sobald ihr das eingebt, kriegt ihr hier nochmal den neuen Kurs berechnet. Also ihr würdet jetzt hier zu einem Kurs von 32.498,07 kaufen, aber ihr seht, dieser Kurs verändert sich auch. Das bedeutet, dementsprechend ändert sich hier unten auch Kryptowährungen kaufen, die Anzahl der Bitcoin, beziehungsweise die Anzahl der Satoshi, die ihr hier bekommen würdet. Mit OK Cent wird das Ganze nochmal vorbereitet. Und ihr seht hier oben einen kleinen Countdown, dass ihr dann insgesamt 10 Sekunden habt, um zu diesem Kurs zu kaufen. Und das war es auch schon geschafft. Ihr seht also, dass die Bitcoin direkt gekauft wurden. Die Transaktion ist quasi direkt umgesetzt. Es muss hier nicht über eine Börse gehen, sondern ihr kriegt das direkt vom Market Maker quasi eingestellt. Mit einem Klick auf Portfolio kommt ihr dann in euer Portfolio und seht, wie viel ihr in Bitcoin investiert habt. 50 Euro. Okay, ist jetzt schon ein ganz kleines bisschen gefallen auf 49,27. Hier unten neben dem Markt seht ihr, dass es auch noch das Tab Manager gibt. Hier könnt ihr Limit Orders einstellen. Das bedeutet, ein Preislimit eingeben, was ihr maximal bezahlen wollt. Und diese Kauforder wird dann automatisch umgesetzt, wenn der Bitcoin-Kurs auf diesen Preis oder darunter fallen sollte. Und hier sehen wir auch schon die Funktion, dass es die Möglichkeit des Sparplans gibt. Hier könnt ihr auf Neuen Sparplan anlegen klicken, wählen, welche Währung ihr wollt, beispielsweise Bitcoin. Weiter, gebt dann hier ein, wie hoch die Sparrate monatlich sein sollen. 50 Euro. Wählt dann das Intervall aus. Es gibt wöchentlich, monatlich oder quartalsweise. Wir machen das jetzt mal monatlich. Könnt ihr sogar aussuchen, wann der Sparplan umgesetzt werden soll. Also am 1. des Monats zum Beispiel. Und ihr seht dann, die nächste Ausführung des Sparplans erfolgt am 1.3. Mit einem Tipp auf Weiter seht ihr hier nochmal eine Übersicht. Okay, bestätigen. Und der Sparplan ist eingerichtet. Hier könnt ihr dann Benachrichtigungen erlauben, wo ihr dann nochmal Nachrichten kriegt, wenn euer Sparplan ausgeführt wurde. Ich mache das jetzt mal nicht. Hier kommt ihr dann zurück zum Trading Manager und seht dann, dass ihr hier einen Sparplan eingerichtet habt. Und diese Sparplanfunktion ist neben den Kosten auch der größte Unterschied zu BS Dex. Übrigens findet ihr hier auch weitere Informationen, wenn ihr zum Beispiel auf Konto geht und etwas runterscrollt, findet ihr die Funktion Reports. Dort könnt ihr euch zum Beispiel Inforeports zuschicken lassen, also entweder für das aktuelle Jahr oder für das Vorjahr. Könnt ihr dann hier auf Senden klicken und bekommt die dann per Mail geschickt. Das ist natürlich für die steuerliche Erfassung sehr wichtig. Dasselbe könnt ihr auch mit Kontoauszügen machen. Auch hier könnt ihr euch aussuchen, für welchen Monat ihr den Kontoauszug wollt und könnt ihn euch dann ganz einfach und bequem per Mail schicken lassen. Scrollt ihr noch ein wenig weiter runter, könnt ihr auch zum Beispiel hier den Bison Support kontaktieren. Oder euer Konto einfach wieder auflösen. Aber schauen wir uns jetzt mal an, wie das Ganze im Desktop aussieht. Wenn ihr euch auf Bison Desktop einloggt, sieht das Ganze dann so aus. Wenn ihr dann Bitcoin kaufen möchtet, könnt ihr auch hier nochmal den Trade Manager nutzen und könnt hier eine Limit Order zum Beispiel eingeben. Müsst ihr hier klicken auf Bitcoin, also die Währung, die ihr handeln möchtet. Kaufen oder verkaufen. In unserem Fall ist es jetzt Kaufen. Und dann könnt ihr hier den Limit Price festlegen. Hier könnt ihr auch wieder die Kryptowährung angeben, wie viel Bitcoin ihr kaufen möchtet. Oder ihr gebt hier einfach einen Eurobetrag an und es wird dann automatisch für euch umgerechnet. Den Kurs, den ihr jetzt hier angegeben habt, der wird hier festgehalten. Ihr könnt hier oben aber auch nochmal auf Markt klicken. Dann habt ihr nochmal dieselbe Ansicht wie wir eben. Und dann könnt ihr einfach auf Kaufen gehen. Gebt hier 50 Euro ein und werdet dann sehen, dass die Order direkt ausgeführt wird, also ohne Limit. Mit einem Klick auf OK senden könnt ihr das Ganze dann nochmal bestätigen. Habt hier nochmal 10 Sekunden zu diesem Preis hier zu kaufen und dann ist das Ganze auch schon umgesetzt. Ohne Limit kaufen würde ich wirklich nur bei Kryptowährungen empfehlen, die ein riesen Handelsvolumen haben. Das ist bei den meisten auf Bison der Fall. Ansonsten kann es immer sehr sinnvoll sein, auch mit Limit zu handeln. Ihr könntet euch zum Beispiel auch Limits setzen, die dann automatisch ausgeführt werden, wenn der Kurs mal besonders abrutschen sollte. Dazu muss man halt ein bisschen Geduld haben. Übrigens ist das mit den Sparplänen genauso. Hier auf Desktop könnt ihr auf Trade Manager gehen und dann hier auf der Seite auf Sparplan. Dann könnt ihr auch hier nochmal ein neuer Sparplan. Bitcoin 50 Euro soll monatlich gemacht werden, am 1. des Monats weiter bestätigen. Und dann seht ihr, ihr habt auch schon einen zweiten Bitcoin-Sparplan aufgesetzt. So einfach ist das in der Desktop-Version. Ihr seht, die Nutzeroberfläche ist ziemlich einfach und angenehm gestaltet. Ihr könnt sowohl in der App als auch auf dem Desktop einfach Kryptowährungen kaufen. Vergleichen wir jetzt mal Bison mit BSDex, weil das haben wir auch schon in unserem BSDex-Video gemacht. Bison hat in einigen Punkten ziemlich aufgerüstet. Vergleichen wir mal die beiden. Bei Bison gibt es zwei Kryptowährungen mehr, nämlich Chainlink und Uniswap, die es bei BSDex derzeit nicht bzw. noch nicht gibt. Die Kostenstruktur zwischen Bison und BSDex ist ebenfalls etwas unterschiedlich. Bei Bison habt ihr nur den Spread von 1,5 bzw. den halben Spread, wenn ihr in eine Richtung handelt, also kauft die 0,75. Bei BSDex ist der Spread deutlich geringer. Irgendwas um die 0,1, der wird euch dort übrigens auch angezeigt. Es gibt aber eine Ordergebühr und diese Ordergebühr ist entweder 0,2 oder 0,35%. Beide Anbieter haben sowohl eine App als auch eine Desktop-Version. Bei Bison ging das Ganze zunächst einmal mit einer App los. Der Desktop kam hinzu. Bei BSDex war es genau umgekehrt. Der große Vorteil von Bison meiner Meinung nach ist aber, dass sie jetzt Sparpläne anbieten. Da gibt es noch nicht sehr viele Anbieter auf dem Markt. BSDex hat das leider noch nicht. Beide Unternehmen gehören zur Börse Stuttgart, Bison komplett zu 100% und bei BSDex ist noch Axel Springer und SBI Holding mit beteiligt. Die Verwahrung der Kryptowährung und das Cash ist genau dasselbe bei beiden. Also die Kryptowährung sind bei Blocknox und das Cash ist bei der Solaris Bank. Kommen wir mal abschließend zum Video zu den Vor- und Nachteilen von Bison. Eines kann man bei Bison sicherlich behaupten, was nicht bei allen Kryptobörsen der Fall ist, nämlich, dass es sich hier um einen seriösen Anbieter handelt. Es gehört zur Börse Stuttgart, was sogar eine teilrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechtes ist. Ihr könnt euch eure Kryptowährung kostenlos auf eure eigene Wallet übertragen und hier werden sogar die Netzwerkgebühren übernommen. Durch die Übertragung auf eure eigene Wallet habt ihr die Freiheit, eure Kryptowährungen selbst zu verwalten und seid nicht darauf angewiesen, dass das eine Kryptobörse für euch macht. Das ist meiner Meinung nach ein großer Vorteil, den nicht alle Anbieter bieten. Der Standort ist in Deutschland, es gibt einen deutschsprachigen Support, die Nutzeroberfläche finde ich persönlich ziemlich cool und auch die Option, dass es Sparpläne gibt, sind ein klares Pro. Als Nachteil lässt sich aufführen, dass das Angebot an Kryptowährungen im Vergleich zu anderen Kryptobörsen doch relativ eingeschränkt ist. Für Leute, die sich aber auf ein, zwei Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum konzentrieren wollen, sollte das locker reichen. Ein weiterer Nachteil, den ich persönlich am störendsten finde, ist die lange Auszahlungszeit. Wenn ihr euch also Kryptowährungen auf eure eigene Wallet übertragen lässt, kann das einige Werktage dauern. Wenn man noch nicht viel Erfahrung im Kryptoumfeld hat, kann einen das schon ziemlich nervös machen, wenn man diese Transaktion noch nicht sieht und man bekommt Angst, dass man eventuell an die falsche Adresse überwiesen hat. Diese Angst braucht ihr allerdings nicht haben, sondern diese Überweisungsdauer ist bewusst von Bison so festgelegt. Aus eigenen Angaben sind das regulatorische Anforderungen. Ein weiterer Nachteil sind die etwas höheren Kosten als jetzt auf anderen Kryptoplattformen oder zum Beispiel der Schwester BS Dex. Kommen wir mal zum abschließenden Fazit. Ihr habt es vielleicht schon rausgehört, ich benutze Bison schon etwas länger, habe die App schon länger auf dem Handy und immer hier und da mal etwas Bitcoin gekauft. Die etwas höheren Kosten sind da für mich komplett in Ordnung, denn ich hebe meine Bitcoin immer auf die eigene Wallet ab, also mache eine Transaktion, zahle dort keine Transaktionsgebühren. Von daher gleicht sich das völlig aus. Wie fandet ihr unser Video und gibt es andere Kryptobörsen, die euch interessieren? Beispielsweise Nuri, Bitpanda, Kraken oder Coinbase? Dann schreibt es uns gerne unten in die Kommentare, dann werden wir uns auch diese Kryptobörse kritisch anschauen und vielleicht für euch mal einen Kryptobörsenvergleich machen. Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen hoch. Und wenn du das erste Mal auf unserem Kanal bist, würde ich mich freuen, wenn du uns abonnieren würdest. Wir produzieren regelmäßig neue Videos und Tutorials zum Thema Geldanlage, Anlagestrategie und Finanzprodukte, um dir die Werte der Finanzen verständlicher zu machen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.